Hallo und guten Morgen hier im Adventskalender. Heute ist der 4. Dezember und wir suchen das Türchen Nr. 4. Aber erst schauen wir uns den Vorspann an. So, da ist unser Adventskalender. Wer sieht die 4 zuerst? Ich, 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 ich habe sie hier. Diesmal war ich schneller und da geht die Tür auf. Mal sehen, ob ich das Loch gleich treffe hier. Natürlich nicht. Das ist aber auch knifflig. Das ist eine Herausforderung. Da bin ich drin. Was ist denn das? Hä? Was? Nein, das geht doch nicht. Das verrät doch schon was. Das Video, das kommt doch erst heute um 2. So, und was hier drin ist, sieht zwar erst nach einer Kleinigkeit aus, das hat es aber in sich. Später am Tag werde ich nämlich ein weiteres Video veröffentlichen, in dem ich die Eröffnung des neuen Kreativ-Servers nicht nur ankündige, sondern vollziehe. Und ja, dieser Kreativ-Server ist diese Kreativ-Insel. Wenn ihr drauf joint, bekommt ihr ein Regelwerk. Und indem ihr drauf joint, akzeptiert ihr genau diese Regeln. Und bauen könnt ihr da alles, was diese Welt für eine Minecraft-Figur, für eine 2-Block-Hoe-Figur lebenswert macht. Also, das ist nicht was, wo ich irgendwie, ja, so was ich Riesenameisen hinsetze, sondern ich baue hier Häuser, aber auch vielleicht irgendwelche anderen tollen, kreativen Dinge. Ich, ja, möchte, dass dieser Server unsere Kreativität so richtig ankurbelt. Und ihr habt das Privileg, weil ihr hier in den Adventskalender geguckt habt, dass ihr auf diesen Server nicht erst ab 14 Uhr drauf dürft, sondern jetzt schon ab 7 Uhr ist der Server hochgefahren und ihr könnt drauf. Ihr müsst nur ganz kurz auf Discord gehen und euch in die Whitelist eintragen lassen. Ja, der Link zum Discord ist in der Videobeschreibung. Und dann könnt ihr auf dem Server bauen. Bitte vorher natürlich die Regeln lesen. So, ganz wichtig, ihr müsst nämlich ein Gebiet claimen. Aber alles erkläre ich später in dem Video. Vielleicht schaut ihr da nochmal rein und schaut euch das Video auch nochmal an. Da erkläre ich das Command- und Regelbuch einmal und zeige euch so ein bisschen die Welt von oben. Aber vielleicht habt ihr es bis dahin auch schon selber kundelt. Viel Spaß mit diesem Adventskalender-Türchen und einem schönen zweiten Advent. Und wir sehen uns vielleicht auf dem Kreativ-Server. Ja, das war ja toll heute. Ich hoffe, wir sehen uns auf dem Kreativ-Server. Und bis dahin wünsche ich euch einen schönen zweiten Advent. Wie ich es gerade schon gesagt habe und tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Tschüss, bis morgen.